Forscher der US-Hightech-Uni MIT haben eine künstliche Intelligenz trainiert, damit sie Corona-Kranke am Husten erkennen kann. Das Erstaunliche? Nach Angaben der Forscher funktioniert das mit fast 99%iger Sicherheit. Hören Sie doch selber mal. So klingt ein gesunder Mensch, wenn er hustet. Und so klingt ein Corona-Infizierter, der keine Symptome hat. Für das menschliche Ohr wird das schwierig, da einen Unterschied zu hören, aber der MIT-Computer kriegt das offenbar hin. Jetzt wollen Sie bestimmt hören, wie ein Corona-Kranker mit Symptomen klingt. Auch das haben die Forscher aufgezeichnet. Die Forscher gehen davon aus, dass selbst unerkannte Infektionen eine Veränderung in der Lunge des Patienten verursachen. Diese Veränderung wirkt sich auf das Hustgeräusch aus und kann von einer künstlichen Intelligenz wahrgenommen werden. Die Forscher arbeiten jetzt daran, ihre künstliche Intelligenz in eine App zu packen, mit der das System einfach überall genutzt werden kann. Wie lange die Entwicklung dauert, die zusammen mit einem japanischen Pharmakonzern vorangetrieben wird, ist derzeit aber noch unbekannt. Wir sind BILD und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.